Ja, hallo Leute, was geht? Hier ist wieder euer David. Ich möchte euch mal zwei Dinge zeigen und zwar mein Zoom Q3 ist wieder aktiv. Ich habe es auch schon in den letzten Videos benutzt. Und darunter befindet sich mein neues Kamerastativ, das ich jetzt am Sonntag auf einem Flohmarkt gekauft habe. Dieses schöne Tripod bzw. dieses Kamerastativ wird in dem nächsten Video vorgestellt. Es wird aber noch einen harten Test untergezogen, denn ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert. Aber jetzt ist die Chance dazu und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das Kamerastativ hier schlägt. Und wenn es gut ist, dann wird es auf jeden Fall einer Rezession komplett untergezogen. So, das war es mit diesem Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bitte unten den Abo-Button drücken und auch bitte dann diese Ding-Ding-Glocke aktivieren, damit ihr die neuesten Videos von mir auf diesem Kanal sehen könnt. Vielen Dank. Macht es gut. Ciao. Ciao. Ciao.